was bauen wir jetzt also ich denke ich werde jetzt erst mal ich werde jetzt erst mal nur so eine provisorische hütte bauen das problem ist jetzt wir sind so weit oben ja wenn wir jetzt hier noch diamanten fahren wollen dann müssen wir uns ziemlich weit nach unten buddeln ja das wird ja wohl das geringste problem sein so wie viel platz brauchen wir auch scheiße und dann machen wir jetzt hier so und noch ich mache einfach mal die ganze erde hier oben weg ich weiß gar nicht ob das holz reicht unsere brotfarmen müssen wir ja noch aufbauen dann was macht die kuh was macht die kuh in unserem haus welches haus ach so da du blöde kuh geh aus meinem haus raus morgen danach schon wieder was will die hier verschwinde warte hier kommt die polizei oh ja cool fenster brauchen wir nicht doch davon okay das war eine frage das war das war kritik ich habe es verstanden naja hoch muss man das ja fertig machen schön das reicht so mit guter alter super nintendo manier würde ich mal sagen wir markiere den eingang mit roten steinen als wir in irgendwelchen pokémon man weiß betrunken nicht finden oh ich habe einen eisenbacher und close down staub close down dust cool und ich habe auch einen kaputten bogen sehe ich gerade ach du hast den aufgesammelt das hätte ich natürlich verraten aber wir haben hier gar nicht so viel halt sehe ich ja aber wir haben hier ein paar bürgengesetzlinge die können wir dann mitnehmen oh meinst wir züchten dann auch noch unsere eigene baumfarm genau so jetzt habe ich einen echten bogen und ich habe sogar Schießpulver hier kann ich Dynamit bauen so what the ne he 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 mich warst du niemals treffen ja ich bin ja also der Patzifilz ja du bist patzig das sieht man zum beispiel wenn man meine anderen Spieler auf meinem youtube channel sieht hä ich kann die Blumen nicht abwurren gut jetzt hat jetzt nicht so eine einheitsfarbe aber ähm was wollte ich denn jetzt noch gutes machen unser Band platzieren wollte ich zum beispiel ah du hast Wolle ich habe Wolle gefarmt drei stück warum hast du jetzt zwei Workbenches was was ja ich habe die eine da platziert halt hm weiß nicht warum ich mache hier noch ein bisschen terraforming also die Ebene ja wieder zu wir können auch einen richtigen zugebauten Stall machen ein überdachten ja oder alternativ halt die Zäune nehmen und die Kühe einzäunen oh aber mit Zäunen sieht es schöner aus so warte wir hatten hier Wasser irgendwo ja hier haben wir Wasser äh hier haben wir nicht so viel zubauen ich habe zwar noch einen Arsch von Erda wie mache ich das wie mache ich das ja also sollte ja eigentlich schon wo baust du das jetzt ab ich will hier unsere Farm bauen unsere provisorische äh Getreidefarm achso das soll eine Ebene tiefer sein nö das ist bloß damit ich das Wasser hier rein fließen lassen kann und das ist einmal auf der Ebene aaa ok na gut wie weit soll ich das hier noch zumachen ähm ja lass lass mal so von der von der Weite ungefähr genau äh also ich denke meiner nächsten Aufnahme werde ich dann noch Shader und äh andere Texturen reinhauen ja probier das mal aus ein paar HD Modelle bei mir ist das leider nicht drin weil ich habe äh ne kackiges Rechner weiße Bescheid weiße Bescheid weiße Bescheid weiße Bescheid weiße Bescheid soo fau mal tja 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 ich habe keine Dings mehr sehr gut so gut nach Möglichkeit nicht auf dem Weizen noch umtrampeln sonst block das nehme ich wieder raus glaube ich das weiß ich noch ok cool dann haben wir unsere Weizenfarm wir haben da unten unseren Erdblock der rumglitscht hat man ja fast alles was man so braucht hm Kohle in der Nähe ach ja Saplings kann ich mal ein paar pflanzen Drei Stück wow 90 da kann man drüber laufen brauchst du noch mehr Holz ja ne immer ich habe da ähm Knochenmeer drauf gehauen ach dann das ist sozusagen der Dünger losen Dünger raus der Dünger alternativ kannst du natürlich auch da rein kacken aber das ist immer schwierig da zu treffen ach du kannst versuchen genau hm 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 ich werde hier alles abkohlen abkohlen hier sind noch eine Menge oh hier sind da richtig viele Kühe und ein Enderman übrigens den Enderman nicht angucken sonst wird der Fuchs Teufel zu wild das sagt er dann ey was guckst du wird er dann rattig ja richtig rattig genau er will schon von dem Enderman von hinten überrascht werden äh was ist mit meinem Bett hast du was gesagt ich habe leider nur Platz für ein Bett gehabt also äh Wolle für ein Bett gehabt dann wird das eine ziemlich warme Nacht oh ich brauche ja mal eine Tür rein ey brauchen wir bloß den oh Gott ist das niedlich er ist ein Schwein und ein Hase ein Hase oh guck mal wie er springt hab ich das weh getan ja hab ich das weh getan oh der hat ja nicht mal Glück getroppt weißt du gar nicht wie rum meine Türen bauen oh hier habe ich noch ein paar Schafe warte dann kann ich uns vielleicht noch ein zweites Bett gleich bauen ja 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 drei Wolle und ein Skelett und Creeper ups komm setz dich und hab doch die Macht loll die Creeper flüchten voreinander der eine ist gerade explodiert und der andere ist weggerannt vor dem loll sehr interessant boiski boiski guck mal ich bin wieder da wo bist du ich habe frisches Fleisch mitgebracht Eminem Eminem ähm ja ich würde sagen für die Folge gehen wir dann auch langsam mal schlafen ja warte ich will noch ein bisschen Fleisch reintun das kann dann immer noch bruzeln warte soll ich dir bauen ich hab kein Holz mehr musst du bauen ähm da was ging wie Holz äh drei Holz und ein nicht Holz ein äh drei Wolle genau also drei Wolle und da drüber drei da drunter drei Holz so achso nicht sechs Holz na außer du willst ein großes Bett äh das ist jetzt die Wolle dann brauchen wir auf jeden Fall mal langsam ein neues Schwert bräuchte auf jeden Fall dann demnächst wieder was zu essen obwohl ich hab noch drei oh das mach ich warte ich mach dir mal ein Schwertchen noch mit wir sollten dann demnächst mehr Eisen abbauen mehr Holz abbauen um dann quasi unsere kleine unsere kleine Farm aufzubauen unsere kleine Farm das ist ja niedlich hm praktisch das vielleicht kommt ja auch mal ein Apfel raus das wäre cool aber die kommen relativ selten die Apfel ähm ich geh mal ein bisschen äh in Spawn setzen höh ich nehme das äußere Bett so alles klar aber jetzt ist das Spawner automatisch ne genau außer du baust dein Bett ab oder jemand anderes wie zum Beispiel ein Creeper baust dein Bett ab kann natürlich auch mal passieren na gut dann würde ich hier jetzt erstmal Schluss machen warte und warte lass mir noch ein paar Skelette farmen dann haben wir das nächste Mal nämlich ein bisschen Knochenmehl ok dann warte ich bei mir habe ich die schwere Norm da hinten ist eine ganze Kuhfamilie ja die habe ich die Hälfte schon gekillt davon ach das Skelett das snacke ich mir noch und dann würde ich sagen gehen wir ans Punkt aus und dann ins Bett wolltest du sagen ja du kleiner Schwuler du du hast da ein Pfeil im Bein echt ja jetzt er weg schade aber ich habe es aufgenommen das ist nur zu sehen bei Schnipsel ach so übrigens hier ist unsere Tür auf macht nur so war es Spaß ok so ok aber ich glaube meinen weiblichen Charakter werde ich behalten weiblich 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 hammelfleisch so warte mal hier können wir noch ein bisschen mal fackeln platzchen ringsrum und ich habe aber ich muss ah Moment so tja Leute dann würde ich mir sagen bist du schon soweit ich wäre soweit dann gehen wir hier rein mach das mal weil du hast da hinten nämlich eine dunkle Stelle übersehen fuck 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 da ist noch ein Creeper den muss ich auch noch platt machen ähm ist nichts passiert das klingt nach natürlichem Terraforming da ist ein Spiel hinter dir her ok lass uns reingehen ok ich komme nicht rein komm ins Bett ah warte ich habe hier noch zu einem Enkel raus so tja dann Leute würde ich mal sagen macht es mal gut wir sehen uns dann im nächsten Part wieder wenn es wieder heißt let's play Minecraft 1.8 ich nenne es übrigens ähm schon mal follow forfreude Season 1 Season 1 weil da kommt bestimmt noch noch mehr ich denke wir werden dann auch mal so Survival Maps und sowas spielen Adventure Maps sind auch gut ach ne Survival ist ja gut wir machen ja Survival Adventure Maps äh was jetzt noch ouch ouch adventure Maps ja RPG Maps habe ich ja schon mal eingemacht ermittest the clouds ich weiß nicht wie man es aussprechen soll irgendwas Richtung über die Wolken ok so da bin ich jetzt gut da bin ich ja gespannt da haben wir noch einiges vor ja wir haben wirklich noch einiges vor oh ja und in dem Sinne macht es doch mal gut wir sehen uns dann im nächsten Part macht es gut bis dahin und tschau'sen ja schlaft schön tschüss scheiße eh